So Leute, ich habe hier schon was geholt, ich weiß gar nicht, vielleicht fällt es auch. Den Noppenschaum haben wir jetzt einmal hier. In zwei Stück sind hier in einem Paket drin, drei Pakete habe ich. Dazu gibt es einen speziellen Kleber, kleine Rolle geholt. Dann noch eine neue Steckleiste, versuchen wir mal die Scheiße irgendwie dran zu ballern. Die Scheiße habe ich, was wir hier bei mir beinahe. Und dann sind das auch eine neue Schatz, die ich hier bei mir bin. Fertig ist hier in einem Plan der Leability. Und dann ist das auch LoRaạo, ich habe hier in der Leability. Und das ist das Wichtigste. So, den Platz endlich eingerichtet. So Leute, es geht jetzt gleich noch aufs Kino. Guckt mir den neuen Underworld an. Probier mal D-Box Motion. Wird sich vorher vielleicht noch eine Pizza reingezogen? So, da rennt er gerade nur noch, da rennt er noch ein weiterer Park, South Park, schnappen wir uns jetzt unsere restlichen Sachen und sind zu, dass wir uns bezahlen. So Leute, wir sind schon einen Tag weiter. Was kann ich euch jetzt zu dem Film von Underworld sagen? War schon interessant zu gucken, ist jetzt aber nicht so geil gewesen. So ein gesunder, mittelmäßiger Film. Da waren die anderen echt schon besser. Ein paar Szenen haben wir aber auch einfach nur die D-Box irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Weil, na, bewegt sich mit. Aber wenn das nicht richtig funktioniert und nicht richtig zum Film passt, dann weiß ich nicht. Dann ist für mich das Erlebnis nicht mehr da. Und genau das war zwischendurch der Fall. Da dachte ich immer so, ja, hm. Das passt doch jetzt gerade gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.